Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute präsentieren wir Ihnen eine große Neuheit bei Coop für Ihre Haarpflege Dechel. Der Hersteller teilt uns zu Dechel folgendes mit. Bis jetzt haben Sie für schönes Haar ein Shampoo zum Waschen und eine Spürung für die Pflege. Jetzt gibt es Dechel, Shampoo und Pflegespülung in einem. Die Pflegewirkung von Dechel sehen Sie schon beim Waschen. Das Haar ist leicht zum Strahlen und hat einen wunderbaren Glanz. Dechel, Shampoo und Pflegespülung in einem. Dechel kommen Sie jetzt in den grösseren Coop-Läden rüber, besonders günstig wie alles bei Coop. Ich habe hier noch einen anderen Schönheits- und Fitnesstipp. Dreimal täglich einen Nöpfel. In Ihrem Coop-Laden finden Sie jetzt alle beliebten Nöpfelsorten taumfrisch und gesund. Besonders günstig sind die Töpfel bei Coop in dieser praktischen Tragbox. Also, ab, nicht auf Bäume, aber zu Coop. Für die Gesundheit ist eine richtig eingestellte Heizung wichtig und es hilft zu sparen. Darum hat der mobile Satrap Radiator einen eingebauten Raumthermostat, den Sie hier einstellen können. Der Satrap Mobil 2000 gibt es in allen grösseren Coop-Läden und das zu aussergewöhnlichen Preisen. Aber jetzt Achtung, für den 10'000 Franken-Wettbewerb schreiben Sie wie immer drei von den nachfolgenden Coop-Aktionen auf der Postkarte als Coop-Mittwochstudio, Postfach 4091 Basel. Einsendenschluss ist der 30. Oktober. Auf Wiedersehen miteinander, bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Und vergessen Sie die Aktionen nicht, die Sie jetzt gerade sehen. Bis zum nächsten Mal.